Musik Einst standen die Sterne über Bernaus Architekturhimmel nicht besonders gut da. Schon mit dem Volksentscheid traten viele Ängste und Sorgen auf. Doch die Stadt räumte alle Bedenken aus dem Weg und nahm vielen die Angst einer selbstbewussten Architektur im Herzen der Stadt. Auch der Kirchturm der altehrwürdigen St. Marienkirche ist als höchste Erhebung am Markt geblieben und prägt weiter unbeeindruckt von der Nachbarschaftsarchitektur das Bernauer Bild. Nun hat ein renommierter Architekturverlag aus Münster das neue Rathaus als repräsentative zeitgenössischer Baukultur in Deutschland im Bereich Infrastruktur mit der Eintragung ins Jahrbuch der Architektur 2021 gewürdigt. Musik Musik